So, hi! Ähm, ja, heute hab ich mir vorgenommen, die Steuerung ist irgendwie komisch. Ähm, ja. Ab und zu. Warte, ist es jetzt Nacht? Keine Ahnung. Ich glaub schon. Hm. Ja, ich möcht' mir einen Murkwau holen. Hm, so. Hm, kann ich da einfach jetzt hier... Ist der Tree's empty? Okay. Ist der Tree's empty? Oh. Ist das dann eigentlich irgendein Ding? Also, im Baum? Ich glaub schon. Hm, so. Spirit Crew. Okay, wir nehmen... Keine Ahnung. Wie funktioniert das auch? Hat funktioniert... Hm, so. Something fell out of the tree. A weird wild Pokémon... Wild Pokémon appears. So, hier. Funktioniert das da auch? Funktioniert auch. Was sind da für 20? Hm. Ich hab's jetzt umfälligerweise. So. Pokémon! Garstling? Schon Garstling? Keine Ahnung. Hm. Ich guck mal kurz in mein Pokédex. Ich hab mir angemeldet, ein bisschen ab und zu Pokédex zu gucken. Garstling? Hab ich schon. Ich hab's mal in Warcrow gesichert. Warcrow? Nö. Kann ich noch nicht so sehen. Ist ja auch nix da. Hm. Okay, das Ding können wir einfach mal wegmachen. Funktioniert da Dark? Kann auch funktionieren. Ist super effektisch. Das ist gut. Das ist gut. Ist auch gut, dass nebenbei noch mein Snubbull ein bisschen levelt. Pitchy! Keine Interesse. Was hab ich da eigentlich da schon alles gefangen? Das sieht man ja auch, was man schon gefangen hat. Ist halt blöd, dass jetzt ein Tag ist. Hm. Hm. So. Gut. Pitchy. Hier. Dark. Warum nicht? Hm. So ein bisschen XP. Pflanze. Ist wieder was rausgefallen aus dem Baum. Hat der Pitchy. Ich glaube, ich soll das bleiben lassen. Wie gesagt. So. Neue Pokémon Attacks. Hm. So weit. Ich muss in der Nacht nochmal gucken. Wie lange dauert denn das? 22 Pokadonna. Das ist gut. So, ich lass die mal noch hier. Weil, ja. Kann ich die in der Nacht hier gucken. Mal schauen. Warte, da gibt's Bären. Ähm. Wer nehm ich mir mit? Warte, ich könnte hier auch mal ein Ponyta vielleicht irgendwie. Oh nein. Schau mal. No. Ah, ich weiß nicht was ich als nächstes will. Hä? Das sind Poké-Dinger da? Ja. Oh look. Oh. Ja. Ich hab drei geparkt. Ist denn was man an die denn da? So. So ist die Steuerung so scheiße. Okay. Sure way. You can trade a medal in adults business. Okay. Hello. Sure way. Okay. Ist ja okay. Let's do what a lovely place. Okay. Gehen wir mal wieder da durch. Hier haben wir ja so einen schönen Pokémon, oder? Was ist das hier? Das müssten dann eigentlich... Ja. Murkrosen liegen was anderes. Das in der Nacht. Bei mir geht der Wind. Neeh heh heh. Neeh. Ja, cool. Ich mag's nicht, wie der Wind geht. Hm. So. Haben wir schon wieder spanische Leute hier. Shit. Böse spanische Leute. Ein bisschen Englisch schreiben. Hey lol. Easter Form. Das ist irritating. Das irritiert mich. Alle sind spanische in Easter Form. Gut. Das sind auch nur zwei Dinge. Ist auch wahrscheinlich Mokro Wattel. Das ist für Route 16. Das heißt, die müssen gar nicht auf dem Baum sein, Mokro. Keine Ahnung. Ich muss aber meinen anderen Pokémon auch noch ein bisschen leveln. Von daher schauen wir einfach mal durch. Ich hab mal da durch hier. Ein Heuball. Ein Heuball. Ein Heuball. Sag ich das eigentlich immer? Keine Ahnung. So. Ja. Super. Achso, warte. Da wollte ich ja entlang gehen. Mensch. Das sind ja die ganzen komischen Biker, die wohl alle voll doof sind. Aber gut. Warte, das soll ich dann mein... Ich versuch mal mit Charmander. Ja. Ach Leute, er hätte sonst gar nicht mit mir gekämpft. Hm. So. Ja, da kommen wir jetzt nicht so weit. Kacke. So. Ein bisschen leveln sollte er das schon. Koffing-Level. So und so. Warte mal, wenn ich jetzt Flamethrower mache. Das hier macht 90. Das macht 70. Flamethrower. Besser. Ja. Super. Weck mich. Jetzt krieg ich keine XP. Oh, warte. Ich hab Crocodone bekommen. So. Hm. Glaub ich nehmen wir noch mal meine Sancho. Das kommt auf jeden Fall durch. Oh. Ist halt komisch. Ach ja, oh. Na ja. Hm, so. Hier. Okay. Quake. Warte mal. Warte mal. Mal schauen, wie viel Experience das hier bringt. Oh, das hier ist schon schon schon. EARTHQUAKE. Es ist einfach gelobst. Rollout. So, der Aufwand zu gehen. Es ist nicht sehr effektiv. Es ist nicht sehr effektiv. Es ist sehr effektiv. Weck damit. Gut. Ich muss mir das mal übermerken. Wann was gut ist und was nicht gut ist. Hm. So, gut. Oh. Hä? Sehr effektiv. Oh, der Aufwand funktioniert. Cool. Also ich fand das sehr effektiv. Not very effektiv. Ah, schön. Ja. Schaut auch gar nicht so schlecht aus. Hm. So. Ich mach mal kurz ausprobieren, wie mein Snooble sich hier schlägt. Hallo. Ja, ich hab das Gefühl, dass hier wieder so ein... Ach, das ist ein Monkey. Ich dachte, der wäre wieder Koffer oder so. Gut. Was ist da denn gut dagegen? Ist das zu viel, weil so ein Pokémon... Storkzettel? Ich glaub nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kann ich noch mal ein Pokémonzettel? Super. Ich muss noch kurz was nachgucken. Ach, da haben wir es ja. Haha. Oh, da hab ich ja mal einen Stormzettel. Vielleicht hilft er mir irgendwie. Was ist denn gut gegen Fight? Gut gegen Fight ist... Flying... Gut. Und das haben wir jetzt nicht. Dann könnte ich hier aber mein anderes Ding leveln. Ferries auch gut. Ferries habe ich. So. Können wir noch mal unter-leveln. Snooble ist gut fließt. Super. Boah. Hmm. Yeah, Snooble ist level up. So, und diese nochmal. So. Schon fast wieder level up. Ja, nein ich möchte es jetzt nicht machen. Nein, kein E-Wolf. So. Hier, was haben wir denn hier eigentlich alles? Das ist flying, normal, flying. Sorry. Entschuldigung. Ich bin gar nicht so geplant. Soll ich nochmal meine Porrenta? Porrenta ist zwar nicht mehr das beste Ding. Ich habe jetzt mal Lust mit Porrenta, so. Das ist ein Cuffing. Das ist auch so ein Ding. Das ist gut. So, hier, flying. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, oder? Doch, dass das auch funktioniert. Super effective! So. Wir haben noch einmal... Aber die sind nämlich ungefähr in dem Level, dann sollte das besser funktionieren. ... 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